Ganz egal, wer die Hand gegen Frauen erhebt oder verbale Gewalt gegen Frauen ausübt, ganz egal, wer, woher der kommt, der wird hier mit Konsequenzen zu rechnen haben. Sie wissen, dass in Österreich noch immer Gewalt in der Familie der meiste Punkt an Gewaltausübung ist. Und wenn Sie den heutigen Falter, den Falter der Woche gelesen haben, dann wissen Sie, wie verbale Gewalt gegen Frauen, gegen Journalistinnen im Netz stattfindet. Das sind nicht Menschen, die Schutzsuchend hierher kommen, das sind Menschen, die hier leben. Und gegen diese Gewalt werde ich auch ganz massiv auftreten.